Herzlich Willkommen zu meinem Adventskalender. Heute habe ich wieder eine kleine Geschenkidee für euch. Und zwar 15 Minuten Weihnachten. Das ist vor allem für diejenigen gedacht, wo ihr meint, dass die auf jeden Fall mal wieder eine Auszeit bräuchten. Gerade jetzt in der Adventszeit machen sich ja einige ziemlich viel Stress. Und da ist das genau das Richtige. Dazu brauchen wir eine Geschenkbox oder irgendein Geschenktütchen. Also das ist ganz egal. Das habe ich jetzt glaube ich bei Teddy gekauft, habe das ein bisschen dekoriert. Also ihr könnt da eure Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Dann ein Teebeutel, ein Teelicht. Da habe ich jetzt noch so einen Weihnachtsaufkleber draufgeklebt. Dann habe ich hier noch so Butterplätzchen aus der Gebäckpresse aus meinem Adventskalender. Ihr könnt aber auch gerne was anderes Süßes nehmen, Schokoriegel oder was euch gerade einfällt. Dann benötigen wir eine Weihnachtsgeschichte. Die könnt ihr euch einfach aus dem Internet ziehen. Ich habe hier der kleine Wichtel. Dann ein Feuerzeug. Das ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Und die Beschreibung für den Beschenkten, was er zu tun hat. Dazu habe ich jetzt noch eine Klammer, weil ich klammer das dann nachher hier dran. Man kann es aber auch direkt auf den Karton kleben. Ganz egal. So und jetzt packen wir das einfach alles in die Tüte. Und dann war es das eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal.